Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Seit Menschengedenken haben Astrologen, Verschwörungstheoretiker und andere Gelehrte mit der Frage befasst, wann die Welt untergeht, wann kommt der dritte Weltkrieg, wann kündigt sich die Apokalypse an. Viele beschreiben es als Meteoritenschwärme, Blitzeinschläge, Überflutungen und andere Naturkatastrophen. Doch es ist eigentlich egal welche Prophezeiung man in die Hand nimmt. Bis jetzt ist keine der Weltuntergangstheorien eingetroffen. Das könnte sich in Kürze ändern, denn Matteo Tafuri, ein italienischer Astrologe, Mediziner und Philosoph, lebte 1492 bis 1582. Er kündigte die Apokalypse in einem kurzen, aber sehr prägnanten Vers an. Wortwörtlich steht wohl darin, die Apokalypse wird eintreten, wenn es in seiner Heimat einer süditalienischen Halbinsel Salento zwei Tage hintereinander schneit. Jetzt muss man wissen, normalerweise herrscht auf Salento ein sehr sehr mildes Klima. Es kam schon mal zu kälteren Temperaturen, aber nie hat es zwei, drei, vier Tage hintereinander geschneit. Im Januar war es soweit. Im Januar hat es tatsächlich drei, vier Tage hintereinander geschneit, weil die Temperaturen auf Salento sehr niedrig waren. Jetzt kann man sagen, okay es ist ein Wetterphänomen und das kann man so sehen, wie man es sehen möchte. Allerdings ist es sehr prägnant, da Tafuri diese Voraussage 500 Jahre zuvor gemacht hat. Seiner Ansicht nach wird die Apokalypse kurz danach eintreten, wenn es eben zwei Tage hintereinander auf Salento schneit. Man findet im ganzen Internet keine abgedruckte Version dieses Verses. Man sagt, dieser Vers, das er niedergeschrieben hat, ist in seinem Tagebuch und wurde in seinem Haus auf Salento verwahrt und ist jetzt vor kurzem nach Abriss einer Mauer aufgetaucht. Wie gesagt, normalerweise ist der sonnenvermönte Teil Italiens der warmen Klima ausgesetzt und hat eben jüngst mehrere Tage Schneefall verzeichnet und gemeldet. Das steht uns laut der Prophezeiung, also nun das Weltende, unmittelbar bevor. Was glaubt ihr zu dieser Prophezeiung? Man sagt, Tafuri sei der italienische Nostradamus. Nun gut, es gibt viele Propheten und viele Hellseher, die Prophezeiungen niedergeschrieben haben. Allerdings haben wir schon festgestellt, anhand der letzten Videos, dass sich viele sehr gleichen. Also dass viele auch voneinander die Verse und die Prophezeiungen abgesehen haben und mit eigenen Worten wieder niedergeschrieben haben. Allerdings ist Tafuri sehr unbekannt und auch er hat es nur in einem kurzen Vers niedergeschrieben. Also da war nichts mit einer riesen ausgeschmückten Geschichte, die er niedergeschrieben hat, sondern es ist ein kurzer Vers gewesen zu der Apokalypse. Ob diese nun eintritt oder ob das nun auch wieder ein Hirngespinst von einem Möchtegern Propheten ist, ich weiß es nicht. Was glaubt ihr? Schreibt es unten in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.